1-0 für Werner Bremen durch Eiter. Das hat Bremen noch nicht erlebt, was sie jetzt abspielt. Es ist vital, dass hier die Scheide ist. Es geht im Ansatz, aber nichts mit eurem Unterkünftung. Hier kommt die weitere Ausstellung unseres Teams von Werner Bremen. 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 Werner Bremen Bremen. Werner Bremen. Mit der Nummer 26, Slatko! Die Nummer 26, Anthony! Busta! Mit der Nummer 22, Finn! Basta! Mit der Nummer 23, Theo! Hier geht es bei Lovati! Und die Nummer 27 hat Florian! Basta! Auf der Nummer 22, auf der Nummer 18, Erfas! Basta! Mit der Nummer 4, Alejandro! Die Nummer 26, Slatko! Basta! Und die Nummer 20, Uli! Basta! Die Nummer 28, Mertel! Basta! Die Nummer 30, Maxi! Basta! Und die Nummer 30, Lukas! Basta! Und unser Trainer, Viktor! Basta! Viktor! Basta! Viktor! Basta! Und mit der Nummer 12, das sind... Ja! Das sind... Ja! Das sind... Ja! ...und um jeden Tag auf einem Dessfolgalogischen Aktonzisch! Kandleski! Vielen Dank. Für unsere Stadt Bremen, für unseren Verein Elson Werder und für diese Mannschaft hier in Berndau. Berndau, 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 Berndau. Berndau, Berndau. Berndau, Berndau, Berndau. Berndau, Berndau. Berndau, Berndau, Berndau.